Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Minecraft Party, Mario Party, auf sytoxin.de. Das Spiel startet in wenigen Sekunden und ich hab das noch nie geschafft. Auf der Map Bone Desert. 3, 2, 1, go. Okidoki. Ja, mein Kilo wurde abgeboren. Danke, dachte ich mir. Äh, ja. Eine 5. Ich hab eigentlich nur hier gespammt. Platz 2. Ja, ok. Gibt's denn, ne? Weil die Personen sind halt meistens auf Welt. Ja, geht ja nichts anderes außer das Ampelren. Ok, das krieg ich hin. Wird nicht zu schwierig. Ich hab's noch nie richtig gespürt. Aber, ok. Aktuell Tote. Ah! Ich erschreck mich da. Ah! Ey! Ich war doch... Ich war so kurz vor... Ich war so kurz vor der Ziellinie. Was ist das denn? Wollt ihr mich veräppeln, oder was? Ja, Platz 6. Ja, ein... Mann, das ist unfair. Das ist gemein. Nein. Bitte, Pausefeld. Bitte, Ereignisse. Nein. Ich war ja... Och, nee. Ich bin so schlecht. Ich kann das halt nicht. Ja, danke. Ich seh auch nicht, wo wir hin müssen. Danke, Spiel. Ich weiß jetzt genau, wo ich hin muss. Ja, und... Hä? Wie soll ich das denn... Ja, ja. Scheiße. Oh. Ey, keiner ist so schlecht wie ich. Niemand. Niemand. Doch. Fünf Spiele sind... Oh. Ja, und jetzt? Ja. Was ist denn jetzt? Hä? Sollte ich wirklich nicht teleportiert? Hä, ist das das doch nicht normal? Sollte man hier runter? Bin mir nicht sicher. Sollte man hier... Ja, aber das geht ja nicht. Kann man hier drauf ohne Falsche... Es geht doch alles nicht. Ich war doch richtig. Hä? Das backt. Ja, es hat gebackt. Wo muss ich denn hin? Ich musste noch... Ey... Ich versteh's nicht. Ist doch unmöglich. Ich war doch... Danke. Ich war doch unten auf dem Slam. Da muss man doch hin. Ich ver... Ach, erstmal was saufen. Bitte, Ecken... Ach, plus zwei. Danke. Danke. Okay. Ah, Gott. Oh, ich bin noch schlecht. Ich bin komplett schlecht in allem. Ich weiß gar nicht, ob ich da drauf bin. Warum spiel ich eigentlich zur Hand? Ja, ja. Ich bin von zwei Seiten hier. Okay. Komm, gib. Geschwindigkeit. Ok, ok ok want t los Die sind beide schlecht weil wir beide noch einen Stein schmetten Klemme Killest Nein, der hat mir geklaut. Ach, schau. Ich bin doch... Oh, Mann. Ja, ich klau jetzt den Kill. Zack, ein Kill gemacht. Zweiter Kill. Ich hab zwei Kills gemacht. Ich bin vierter Platz. Na, dritter. Ja, der learning schoss. Hey, ich dachte ich wär vierter... Drei und... Drei. Sechs! Ja! Mega. Geil. Ach, Platz четыchchen Gemeinschaften ist immer noch Scheisse. Ach... Na, ja, okay, kannst jetzt mal weiter ihr reconsideren und nichts겠 temu vor? Bip bub 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 bubny Darf ich nicht? War ich schon mal Erster? Hab ich ne Folge gemacht? Die ist aber nie online, weil... Ich wurde unterbrochen in dieser Folge... Keine Katscharcen... Scheiße! Ich weiß gar nicht, was jetzt hier gerade abgeht. Ich bin da eine heiße Kartoffel! Scheiße. Scheiße. Nimm doch, nimm doch, nimm doch, nimm doch. Nimm doch einer von euch die Kartoffeln an. Wie kann man so schlüpfen? Das frage ich mich. Mann, ich war mein erster. Wieso krieg ich die Kartoffeln? Das ist immer so ein Blut, wenn ich mich mache. Hallo, hier ist ein... Was reicht denn? Die Verlängerung ist hier. Oh, ich hab 10. Oh, er ist aufgeklatscht. Dark 2, keine Ahnung. Ich kann mir auch mal Jijirai, auch wenn ich der erste war, gefühlt, der rausgeflogen ist. 6, 2, 1. Ach, weil ich konnte der letzte war. Ich bin fünfter. Ja. Feld 19, der ist auf... Feld 31. What? Der 21. Und der andere auf... Der andere auf... What? Ja, okay, der hat schon gewonnen, ey. Da ist er am Boden. Okay, okay, okay. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Der Problem. Kann wohl hin, kann wohl hin, kann wohl hin. Wir gehen hier am Rand entlang. Versuchen. Und schauen, dass hier keiner wegbaut. Genau, so wie der ist hier... Das ist doch nicht wahr. Ey. Ich bin in den ersten paar Sekunden rausgeflogen, weil der mir einfach hier... Och, Mann. Wie... Wieso sind die alle so gemein? Okay, hier wäre ich auch schon rausgeflogen, aber ich spiele ja nicht mehr mit dich. Mann. Ja, okay. German, let's play. Da wäre ich auch rausgeflogen. Und da auch. Einfach schlechter Parkour und sowas. Jump and run auch. Schau, Alter, werde ich wieder rausgeflogen. Zack, zack. Oh ja, immer Temple Run gespielt. Wer hat's auch gespielt? Ich aber nicht so oft konnte ich nicht. Temple Run, alter, bestes Spiel. Ja, okay, wer das jetzt hier noch schafft. Ja, okay. Jetzt wird geblutzt, der hier drin. Ray Wizard, oder so. Ravizard. Irgendwie so ein Medikament. Ravizard. Gegen... Fußpilz. Ravizard gegen Fußpilz. Hast du. Genau, mein eigenes Medikament ist Ravizard. Das ist ein Mittel gegen Fußpilz. Platz vier. Ui, ich wüffel ruhig. Du, 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 du. Hoch hinaus. Ja, hä? Hä? Was muss ich tun? Pui. 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 Da. Shaggle habe ich erreicht. Warte, eine Sekunde da drauf. Weil ich will immer sicher gehen, dass ich alles lege. Die waren jetzt da ultra hoch. Pui. Was war das? Der eine hat schon zwanz... Der eine hat schon zwanzig. Aber ich bin schlecht zu... Ist das nicht? Okay, jetzt ist doch... Einfach nur Glück, dieses Spiel, oder? Nur Glücksspiel. Moment mal, wird man einfach nicht hochgebracht. Aber ich will... Das ist, glaube ich, nicht mehr so. Ja, genau. Hm. Ja. Genauso. Jeden Freitag bin ich auch so. Nur heute halt nicht, weil heute ist Sonntag. Deswegen kann ich das heute nicht so machen. Wieso bouncst du denn nicht? Verstehe ich. Wieso bouncst du denn nicht? Ich würfel saugut. Ich würfel saugut. Und dann lasst eine Bewertung da. Dann lasst unbedingt eine Bewertung da. Schreibt einen Kommentar. Lasst ein Like da. Oder Dislikes. Ne, egal. Abonniert gerne diesen Kanal. Teilt die Videos, wenn die euch gefallen. Und dann würde ich sagen... Tschüss. Tschüss. Tschüss.